Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nachzudenken, was wäre, wenn... Von jetzt an läuft Helens Leben eindeutig zweigleisig. Gwyneth Paltrow und Gwyneth Paltrow. Bleibt sie bei dem Mann, den sie schon immer geliebt hat? Jerry, das war eine ganz einfache Frage. Ja, aber ich meine... Mach nicht gleich einen auf Woody Allen. Oder wagt sie das Abenteuer mit einem völlig Fremden? Ich hab dich geküsst. Ja, das hab ich auch gemerkt. Sie liebt ihn, sie liebt ihn nicht. Eine bezaubernde Liebeskomödie über das Glück einer Frau. Ich bin fertig mit ihm. Bist du nicht? Bin ich doch. Und die Zufälle des Lebens. Denk bitte nicht, dass ich... Ich hatte nicht gedacht, dass... Es tut mir wirklich von Herzen leid. Zwei Wege, zwei Männer. Sie liebt ihn, sie liebt ihn nicht. Ja, 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 ja. Oh, was in my life... I am sorry... Ich bin natürlich... Untertitelung des ZDF, 2020